Ihr fragt euch, warum ich meinem Postboten immer Trinkgeld gebe. Der Typ ist einfach super lustig drauf und ich zeige euch warum. Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr so eine Nachricht bekommt? Ich bin jetzt live, Leute, und zeige euch ein paar wunderschöne Tiere wie die hier. Macht das Pluswerk für mehr Tier-Content.